hallo und herzlich willkommen auf dem kanal ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren mod vorstellung auf meinem kanal ja ich möchte euch heute hier diesen w50 ja von ifa hier er handelt sich um ein ja so eine art überlade fahrzeug ja mit denen du hier tust du befüllen und kannst dann hier beispiel sehmaschinen oder diverse sachen natürlich hier dann beladen damit er kann hier soweit ich gesehen habe hier die ganzen standard früchte hier laden das schon mal ganz cool natürlich wäre beispiel so was wenn du beispiel hast so mod drin wurde beispiel hier über spiel wenn du jetzt weizen hast also geerntet und um jetzt wieder weit zu sehen das zum beispiel mit denen hier wieder beispiel die trille natürlich befüllen tust natürlich ja das wäre normal eigentlich realismus natürlich das ganze und ja das gute stück kostet hier 7200 euro so wie er da steht ja wir haben hier miete zu zahlen von 367 und da ich finde es schon mal so weit ich gesehen habe ein cooler mod natürlich leider hier nicht für die konsolen verfügbar ist hier mit ic control verwendbar und das ganze hier hat eine leistung von 125 besten sprechen 92 kW manuelle land schaltung ja ich bin ein bisschen zu schnell am weg ja und 80 also km h und hat hier in 10.000 liter oder 10 kubik hier ladevolumen das ganze liegt hier also lehrgewicht von ja 5,8 tonnen wir haben hier also reifen drei stück an der wahl jetzt haben wir hier in standard bereifung da gibt es das ganze hier noch er steht hier pflege bereifung ja als auch anders irgendwie ausdrücken können also reifen zweite wahl oder sowas auf die richtung und dann hier natürlich hier die ballon reifen wir sehen das ganze und dann wieder hier standard natürlich ja hauptfarbe haben wir hier ein paar farben hier natürlich was hier vorgeben hier sind finde ich ganz cool natürlich hier also nicht immer dass das selber natürlich leider hinten der bleibt immer gelb ja und natürlich kennzeichen weil so wie du es gewohnt bist ja ich habe jetzt zweimal gekauft wie du siehst also einmal hier so ihr komplett also mit also abnutzung wie man hier sehen und verschmutzung finde ich gar nicht mal dermaßen übertrieben also winterschutz hat da vorne ja kein habe ich leider gesehen ja und hier aber schön auch noch drauf hier wie 50 la also lastkraftwagen soll das heißen und wir haben hier die türe zu öffnen ein ja wenn das erste mal in den drin bist jetzt gehen wir mal in den anderen mal rein dass ihr das natürlich dann sieht was ich meine also wir sind jetzt hier und dann gehen wir mal in die inneren sich dann zeigt uns das ganze einmal nach hinten an wenn du vorne drin warst da stimmen die koordinaten nicht in der xml zu i3d und dann dreht es dich nach hinten ja früher war das einfach nur in der i3d gespeichert und scheint hat irgendwann mal gedacht er muss es auch noch in die xml natürlich hier eintragen ja also wir können hier die türe wie du siehst ja wenn wir sie offen haben das fenster auf und zu machen das ganze mit sound ich finde das ist schon mal toll wir haben das einzige glaube ich das gleiche wie bei denen bloß das mal bei denen die spiegel schauen wir mal meine spiegel statt meiner motor mal schauen Nein die spiegel ist das nicht das ist das rohr was wir nachher anheben und das können wir können jetzt hier drüben natürlich auf und zu machen hier auf und zu das dachfenster also die luke können wir aufmachen ja da fehlt der zweite button und man kann sehen auf beide seiten hochdrücken die sonnenblende kannst du rauf und runter tun natürlich hier diese genauso dann haben wir einmal hier ist radio wie du siehst da kann man hier die sender hier umschalten und natürlich hier wieder zurück schalten nein möchte ich nicht dann hier natürlich ausschalten dann haben wir hier linker dann ist hier noch wie du hier siehst das ist ein kippschalter das schauen wir uns dann auch natürlich dann raus natürlich nachher noch an bei nacht das ganze das hier sehen wir es leider jetzt nicht ja jetzt gehen wir mal in die ausansicht natürlich dann können wir mit also x einmal hier die look aufmachen sieht man ich habe den schon mal hier beladen mit hafer dann natürlich hier rohr ausfahren so her das werden wir dann nachher natürlich dann testen da fährt das rohr dann so her aus entsprechend natürlich du kannst es rauf und runter fahren aber ich sehe du kannst es leider hier nur nach hinten fahren also da haben wir hier irgendwie vermutlich mal einen blöden Fehler glaube ich drin aber schauen wir nochmal ganz genau hin also nein wir haben nur das hier ja also das finde ich ein bisschen blöd dass du nach hinten fahren tust das ganze und nicht dass er auf der seite stehen bleibt das ist ein bisschen blöd gemacht ja ich wollte das rohr wieder einfahren so also ich finde das ja nicht schlecht das ganze ich hätte es cool gefunden wenn eine Maussteuerung natürlich dabei geblieben wäre dass du den hier mit der Maus natürlich hier bewegst so schauen wir nochmal wir haben hier hinten einen Attacher den testen wir jetzt auch natürlich gleich cooles Horn muss ich zugeben der wäre ja schon beinahe neidisch so Kabine wie wir gesehen haben also bewegt sich ein bisschen wenn man bremst her das ist ja auch voll beladen muss man auch noch überlegen stehe ich zu weit weg oder was ja aber jetzt hat er ihn erkannt schon mal so sehen wir jetzt hier Anschlüsse gehen schon mal dran das ist ganz gut und das tolle ist hier die Kaderwelle ist hier mit animiert vorne und hinten das ist schon mal echt nice so gehen wir mal in die inneren Sicht mal rein jetzt sind wir hier Instrumente sind animiert schalten wir nochmal aus so jetzt gehen wir natürlich her und starten nochmal über IC Spiegel wie wir mal sehen sind mit Funktion so jetzt fliegen wir mal ab blinkersound ist schon mal ganz gut wir haben hier Vorfahrtgewehre natürlich also haben wir natürlich mal geguckt so wir fahren nochmal hinten mal zu den Hänger hin mal schauen wie er sich jetzt verhält weil ich verstehe das irgendwie nicht vielleicht bleibt er ja im dritten Bereich stehen das kann auch sein deswegen testen wir ja natürlich ja das jetzt Reifenspuren macht er oh das Rohr ist ja ausgefahren so fahren wir mal retour also jetzt fahren wir nochmal das Rohr aus natürlich mit also so mal schauen was passiert was sie da gemacht haben also so her schon mal scheint das nicht so zu funktionieren wie ich gedacht habe gedingsdacht ja also man kann das jetzt zwangsabladen also das finde ich ein bisschen das haben sie blöd gemacht wie wir mal sehen also funktioniert das ja aber wer will das jetzt so rückwärts ranfahren wenn ich den Arm nach links schwenken kann kann oder vielleicht sogar nach rechts vielleicht gehen würde her das ist wieder eine Sache was ich finde das haben die irgendwie nicht durchdacht denke ich mir ja wir mal sehen wir haben hier nur eines also für rauf und runter ja das ist schon mal so eine Sache für sich da bin ich irgendwie ein bisschen also ja sag ich mal so ein bisschen enttäuscht jetzt ist es ein cooler Wort natürlich ist ein cooler Ostmord hier ja ist ja schon hier was ich manchmal wie älter als wie mancher was mit denen er natürlich gerne dann spielen möchte ja jedenfalls cooles Teil finde ich jeden Fall ich finde da halt ein bisschen blöde natürlich dass man hier das so nicht machen aber wir schauen uns das ganze natürlich jetzt gleich hier vorne noch bei Nacht uns an danach machen wir uns einen Speedtest natürlich auf alle Fälle weil es da auf alle Fälle nicht fehlen ich finde das cool ich habe mit denen glaube ich 19 mal gespielt ja da war da eine andere Farbe jedenfalls hat auch große Laune gemacht ja Blinker wie wir mal sehen hier funktioniert schon mal das ganze eine gute Reflexion jetzt hier mit Numbit 6 Numbit 5 geht es jetzt gar nicht einmal F schalten zweimal dreimal jetzt gehen wir noch in die inneren Sicht mal rein weil wir wollen ja natürlich hier so nein das tut sich jetzt nix muss man mal gucken was da überhaupt passiert weil ich habe mir diese Funktion noch gar nicht angeschaut jetzt haben wir hier mal schauen also man sieht jetzt hier momentan nix wie wir hier sehen nö um ehrlich zu sein passiert da gar nix so von Licht her jedenfalls wir gehen natürlich jetzt nochmal ein Tagesgeschehen rüber und schauen uns das nochmal einen Tag an aber irgendeine Funktion muss es ja natürlich hier haben finde ich vielleicht kann man ja die Lucken oben hier auch machen so leider passiert jetzt auch nix das ist irgendwie schade schau mal nochmal so an na tut sich nix vielleicht hat das irgendwas mit dem Radio zu tun weil das Radio soll selber ja ich ja jetzt hier ja jetzt nicht verwende natürlich so das machen wir unsere Speedtest wie versprochen weil ähm mit der Musik das lasse ich da ja zwecks der GEMA natürlich und ja das ist wo ich wie gesagt also her mit denen ich da keine Probleme haben möchte dass ich nachher dann die Stelle nach in dem Video natürlich dann Newton ja das kann passieren natürlich 70 haben wir schon mal drauf mal schauen hier oh wie wir sehen also er geht hier ganz gut hier um die Kurven 70 mal schauen wie er sich verhält hier so ehrlich das ja geht ganz gut 80 ja super toll Bremslicht hier auch mit Funktion schauen wir noch mal her Rückfahrlicht hatte wir glaube ich keines nein hatte auch keines ich finde ein bisschen komisch dass das die Gläser so milchig sind vielleicht fehlt ich glaube da fehlt eher die Textur jetzt schauen wir natürlich hier unsere Lok an das sind wir hier unsere Lok ist hier Lokfehler frei eigentlich sowas ja naja wie man hier sieht ja hier ist ein Safe Game also sowas eigentlich hier muss ich wirklich sagen sowas erwarte ich mir um ehrlich sein hier wenn ich mir ein Mod natürlich anschaut wenn die Lok fehlerfrei ist das einzige was wie gesagt was mir bei dem Mod wirklich nicht gefallen tut das ist die Steuerung hier das ist oh wenn ich mit O ausfahre wie wir hier sehen es dreht sich bis zum Nimmerleinstag und bleibt nicht mal im Triggerbereich stehen oder ich würde es mit der Maussteuerung natürlich hier machen also dann natürlich ja mit x aufklappen her wenn wir jetzt gerade gesehen haben dass da die Meldung irgendwie kommt jetzt hier das funktioniert das ist eine tolle Sache ja aber halt wirklich blöde ist natürlich hier ja dass das Rohr nicht stehen bleibt wo sein soll tja schade irgendwie ich hoffe euch hat trotzdem hier mein Video natürlich gefallen wenn es dir gefallen hat würde ich mich freuen wenn du wieder reinschaust hier mal sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal euer Franz tschau tschau